Was ist die Standardknoten? Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial zeige ich euch heute die Standardknoten, die ihr als Bergsteiger beherrschen müsst. Als Hochtoingeher und Bergsteiger sollte man ein paar wichtige Knoten beherrschen, um in verschiedenen Situationen richtig handeln zu können. Der Mastwurf eignet sich zur Selbstsicherung an einem Fixpunkt oder Stand, sofern man in ein Seil eingebunden ist. Bewährte Fixpunkte immer auf ihre Festigkeit. Für die Kameradensicherung im Vor- wie auch im Nachstieg und zum behelfsmäßigen Abseilen eignet sich der Halbmastwurf. Der Halbmastwurf ist ein Bremsknoten, der in beide Richtungen funktioniert. Wer sein Sicherungs- bzw. Abseilgerät verloren hat, kommt also mit einem HMS-Karabiner und einem Halbmastwurf noch ziemlich weit. Sowohl zum Klettern als auch in einer Gletscherseilschaft verwende ich den Achterknoten zum Einbinden in das Seil. Achtet auf ein ordentliches Knotenbild, die Seilstränge des Knotens sollten parallel zueinander verlaufen und das Seilende ca. 10 cm überstehen. Der gelegte Sackstichknoten ist ein Universalknoten für viele Befestigungen. Man sollte wissen, dass sich ein Sackstich unter Belastung sehr stark zuzieht und nur mehr schwierig zu öffnen ist. Der Prusik ist eine behelfsmäßige Rücklaufsperre, die bei sehr vielen Rettungstechniken zum Einsatz kommt. Ich kann mich mit einem Prusik auch selbst an einem Fixseil sichern und bin in beide Richtungen beweglich. Dreifach gelegt hält der Knoten wesentlich besser. Idealerweise knote ich den Prusik mit einem Sackstich ab, um für viele Anwendungen in der Spaltenbergung vorbereitet zu sein und ihn gleichmäßig zu belasten. Unbelastet lässt sich der Prusik problemlos verschieben. Auf Zug hält er auch in beide Richtungen. Der Butterfly- oder Schmetterlingsknoten ist hervorragend geeignet, um sich in der Gletscherseilschaft in das Seil einzuhängen oder in der Verwendung als Bremsknoten bei hoher Spaltensturzgefahr. Der Knoten lässt sich auch nach großer Belastung sehr gut öffnen. Der sogenannte Garderklemmknoten ist eine behelfsmäßige Rücklaufsperre, die sich zwei Anomalkarabiner bedient und ist Bestandteil vieler Rettungstechniken. Jeder Bergsteiger sollte die Garderklemmknoten beherrschen. Hier verwende ich die Garderklemmknoten als Rücklaufsperre im Selbstflaschenzug. Dieser hilft zur Überwindung des Spaltenrandes während der Selbstrettung aus einer Gletscherspalte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unserem YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in den Berg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017